Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Ihr hört die Folge 582 und heute ist der 15. März. Ein Freitag im Jahre 2019, heisst die letzte Folge des heutigen Tages, der diesjährigen Woche. Der dieswöchigen Woche. Mein Gott, es ist Zeit, dass es Wochenende wird. iWay partnert mit Google und geht in Richtung 5G. Zumindest in Gedanken. Was sich damit auf sich hat, lest es in unseren Shownotes. Verlinkt ein Beitrag dazu, wo ihr das Ganze nachlesen könnt. Microsoft geht neu einen anderen Weg und den finde ich wirklich spannend. Normalerweise geht es ja so, dass man Content, also Videospiele-Content von einem Computer auf eine Konsole streamen kann. Sie machen es jetzt umgekehrt. Ihr könnt ein Spiel, was ihr auf dem PC habt und da auch performant läuft etc. auf euren Xbox-Controller oder auf euren Xbox generell die Spielkonsole überspielen und da dann mit dem Controller spielen. Sehr, sehr spannend und finde ich toll. Ich bin ja eh gespannt, was Microsoft dieses Jahr an der E3 so alles zeigen wird. Wir dürfen gespannt sein. Es geht weiter mit Social Media und da gibt es so ein paar unschöne Zahlen. Futurebiz hat herausgefunden, dass anscheinend oder ermittelt, dass anscheinend die Interaktionsraten bei Facebook um 39% zurückgegangen sind und bei Instagram um 22%. Das ist natürlich für den einen oder anderen, der sich darauf fokussiert und da seine Plattform hat und darüber auch alles sich abspielt, eine extreme Einbuße. Für all diejenigen, die das Ganze als Zusatzinstrument nehmen, wie wir ja unter anderem auch in den Blogs und Podcasts, für die ist es nicht ganz so schlimm. Dürfte natürlich optimaler sein, aber mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt in Zukunft. Apple lädt ein. Erst gerade haben wir erzählt davon, dass sie auf Ende diesen Monats einladen für die Präsentation unter anderem vom Streamingdienst. Jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Die WWDC, das Datum ist bekannt. 3. bis 7. Juni findet das Ganze statt in Kalifornien, wie immer bei sich zu Hause. Und was es da alles zu sehen gibt, das wissen wir dann, wenn es soweit ist. Aber ganz sicherlich werden wir einen Blick auf iOS 13 sehen. Wir werden sicherlich auch einen Blick auf die 10.15 von macOS, auf eine neue WatchOS und tvOS in der Version 13 sehen. Wir dürfen gespannt sein und abwarten, bis dahin werden wir sicherlich noch einiges an Gerüchten und Mods sehen oder Dinge, die Leute konstruieren, wie es ausschauen könnte. Dropbox wird seine Benutzer einschränken. Das nicht die bezahlen, davon müssen Sie keine Angst haben. Nee, es geht um diejenigen, die kostenlosen Speicherplatz bei Ihnen haben. Die dürfen in Zukunft nur noch mit drei Geräten darauf zugreifen. Finde ich, kann man machen, wenn man Dropbox ist. Und wieso nicht bezahlen, wenn man den Dienst mag und auch den Platz gebrauchen kann. Ansonsten gibt es ja genügend Alternativen auf dieser Welt. Google oder den ehemaligen Google Ingenieur, der hat ein Startup für maschinelles Learning aufgezogen und das hat sich jetzt Apple gekrallt. Doch was wollen sie damit machen? Sehr wahrscheinlich geht es ins KI-Team von Apple und somit auch ein bisschen in die Richtung von Siri und Co. Auch da werden wir wahrscheinlich nicht so schnell erfahren, um was es geht und welche Richtung es geht. Vielleicht aber auch an der MWC schon was sehen. Wer weiß, wer weiß. Und ja, somit habe ich eigentlich all meine Themen durch, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Bald ist es ja schon soweit. Genießt den Tag bis dahin. Und ja, ab nächster Woche ist der Achim wieder für euch da. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.